Ich entspanne meine Waden und meine Knie. Meine Waden und meine Knie sind entspannt. Ich entspanne meine Oberschenkel, meine Hüfte und mein Gesäß. Meine Oberschenkel, meine Hüfte und mein Gesäß sind entspannt. Ich entspanne meinen Bauch und meinen unteren Rücken. Mein Bauch und mein unterer Rücken sind entspannt. Ich entspanne meine Hände und meine Arme. Meine Hände und meine Arme sind entspannt. Ich entspanne meine Schulter und mein Nacken. Mein Nacken und meine Schulter sind entspannt. Ich entspanne meine Kopfhaut und mein Gesicht. Meine Kopfhaut und mein Gesicht sind entspannt. Ich entspanne meine Lunge und mein Herz. Meine Lunge und mein Herz sind entspannt. Der ganz Körper ist entspannt. Lass all deine Muskeln los. Lass dich tiefer fallen. Man löse all deine Gedanken hin. Ein tieferes Lange. Ich entspanne meine Lunge. Amen. Langsam verbinde dich sicher mit deiner Atmung. Vertiefe deine Atmung und spüre, wie sich bei jedem Patus deine Bauchdecke heben und senken. Fühle deine Finger und Zehen. Bewege sie langsam wieder. Fang an, deinen ganzen Körper langsam wieder zu gehen. Strecke dich noch einmal lang, wenn du möchtest. Und atme tief durch. Roll dich über die Seite in den Schneidersitz und bleib ruhig. Lasst euch Zeit. Und wenn ihr so weit seid, geht hier hoch mit dem Schneider. Und wenn ihr so weit seid, geht hier hoch mit dem Schneider. Und wenn ihr so weit seid, geht hier hoch mit dem Schneider. Ja. Ja.